Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kickoff zur Bundesliga-Prognose des ersten Spieltages, denn heute blicken wir auf alle neuen Spiele und die dazugehörigen neuen Prognosen. Ihr habt ja schon im gestrigen Video meine neuen Tipps für den Spieltag gesehen, sprich ganz klassisch unser Tippspiel, aber natürlich gibt es auch in der neuen Saison wieder meine neuen spezifischen Prognosen für die neuen Spiele, sprich eine Vorhersage für jedes Spiel und wir blicken dann jede Woche darauf, ob ich recht hatte oder auch nicht. Das haben wir schon in der letzten Bundesliga-Saison gemacht und das würde ich gerne fortführen und ich würde mal sagen, wir schnacken gar nicht lange drumherum, sondern gehen rein in den Spieltag mit diesen neuen Partien. Wir haben am Freitag Frankfurt gegen Bayern, am Samstag Nachmittag Augsburg gegen Freiburg, Bochum gegen Mainz, Gladbach gegen Hoffenheim, das Berliner Stadtderby Union Berlin gegen Hertha, sowie Wolfsburg gegen Bremen, das Topspiel der Woche mit Dortmund gegen Leverkusen und dann am Sonntag noch Stuttgart gegen Leipzig und Köln gegen Schalke. Und jetzt gibt es für jedes Spiel eine Vorhersage. Legen wir logischerweise oben los am Freitagabend bei Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Beide Teams haben ja viel vor, beide Teams haben einen erfolgreichen Pflichtspielauftakt erlebt und natürlich auch einen richtig guten Transfersommer hinter sich. Frankfurt als Europa-League-Sieger konnte Magdeburg im Pokal souverän besiegen. Mario Götze und Co. haben direkt mal überzeugt als Mannschaft und ich denke mal, man wird mit großer Euphorie und Vorfreude auf diese Bundesliga-Saison blicken und richtig Bock haben, diese Spielzeit zu eröffnen mit dem Heimspiel gegen den deutschen Meister. Und dieser ist dann mal wieder der FC Bayern München. Letzte Woche Pflichtspielprimäre der neuen Saison gegen Erbe Leipzig im Supercup. 5 zu 3 gewonnen. Furioses Spiel. Offensiv sehr, sehr stark. Defensiv in der Hälfte 2 war wirklich ein Problem. Und deswegen wird es natürlich auch sehr, sehr spannend, was man jetzt hier so sehen wird. Ich glaube, dass wir ein enges sowie torreiches Spiel sehen werden. Und genau das spricht nämlich auch für meine Vorhersage. Denn ich glaube, dass es wirklich hin und her gehen kann, dass beide Teams gute Chancen haben werden. Und Frankfurt wird auch mit 1 zu 0 in Führung gehen. Hier habt ihr es zuerst gehört und ich glaube wirklich daran, dass das passieren kann. Am Samstag Nachmittag haben wir dann Augsburg gegen Freiburg. Für mich ist hier der FC Freiburg der klare Favorit. Auch da wurde zwar der Kader etwas verändert. Er wurde breiter aufgestellt für die neue Saison, aber grundsätzlich geht man natürlich seinen Weg weiter. Bei Augsburg haben wir einen neuen Trainer, eine neue Mannschaft, wenn man so will. Man hat zumindest ein paar Positionen verändert, verstärkt, geschwächt, was auch immer. Ich bin sehr gespannt, wie sich Augsburg entwickeln wird. Hier sage ich aber, dass Freiburg gewinnt. Oder besser gesagt, von meiner Prognose sage ich, Freiburg gewinnt sogar zu 0. Bochum gegen Mainz. Das erste Heimspiel, somit direkt mal am ersten Spieltag für den VfL. Und natürlich geht es darum, die Klasse zu halten. Beim Mainz 05 geht es natürlich aber auch darum, die neuen Spieler einzuarbeiten. Vorne noch defensiv hat sich ein bisschen was geändert. Das könnte ein bisschen Zeit brauchen. Ich glaube, beide haben Bock auf dieses Spiel, wollen direkt mal zeigen, was sie können. Und ich sage, dass in der zweiten Halbzeit beide Teams mindestens einmal treffen werden. Gladbach gegen Haufenheim. Zwei Mannschaften, die viel vorhaben, die letztes Jahr nicht das erreicht haben, was sie wollten. Und natürlich jetzt aber wieder nach Europa schielen. Sicherlich haben beide auch ihre Chancen dazu. Ich bin unglaublich gespannt darauf, weil man natürlich bei beiden auch einen neuen Trainer hat. Ich finde aber auch, dass die Mannschaften nicht ganz so krass verändert sind, wie vielleicht bei anderen Teams. Deswegen wird das nochmal relativ interessant. Und deswegen glaube ich auch, dass wenn das Spiel entschieden werden muss, es nicht zwingend durch die Spieler passiert, die von Beginn an auf dem Feld stehen. Genauer gesagt, ich bin der Meinung, dass hier auf jeden Fall ein Joker treffen wird. Und jetzt haben wir das Berliner Stadtderby. Union Berlin gegen Hertha BSC. Wenn man das jetzt mal nüchtern und sportlich betrachtet, ist Union hier natürlich der Favorit. Letzten Jahre deutlich besser gearbeitet hat Hertha BSC. Auch die letzte Saison spricht ganz klar für die Unioner. Natürlich ist aber auch klar, in so einem Derby und dann auch noch am ersten Spieltag, wo du ja gar nicht genau weißt, wo du stehst, kann natürlich viel passieren. Trotzdem sehe ich Hertha wirklich kritisch. Nicht nur für das Spiel, sondern für die Saison. Aber in diesem Spiel wird es vor allen Dingen offensiv noch holprig sein, weil es eben auch ein bisschen Zeit braucht, bis die Spielidee von Sandro Schwarz funktionieren kann. Deswegen sage ich auch vor allen Dingen auch zu Beginn der Partie, Hertha schießt kein Tor in der ersten Halbzeit. Wolfsburg empfängt den Aufsteiger aus Bremen und auch hier gibt es viele Fragezeichen. Auch beim VfL haben wir einen neuen Trainer, ein paar neue Spieler. Es wird interessant, wie schnell das funktionieren kann. Bei Werder Bremen war natürlich jetzt der Bundesliga-Aufsteiger, wo immer die Frage ist, wie gut ist man dann wirklich für die erste Liga? Wie bereit ist man dafür schon? Es gab einige Transfers, die Testspiele waren auch nicht ganz so verkehrt. Es wird einfach sehr interessant anzuschauen. Ich glaube hier, dass ein bisschen was passieren wird, auch Tore-mäßig. Und deswegen komme ich auf meine Prognose. Es fallen mindestens drei Tore zwischen Wolfsburg und Bremen. Das Topspiel der Woche bestreiten der BVB und Bayer Leverkusen. Und ich denke mal, Topspiel trifft es hier auch ganz gut. Dortmund hat viel vor, hat dafür auch den Kader verändert. Natürlich hat man jetzt den bitteren Ausfall von Sebastian Allaire. Trotzdem hat man eine richtig gute Mannschaft beisammen. Möglicherweise braucht es auch ein bisschen, bis das hundertprozentig zusammenpassen wird. Und da hat Leverkusen einen Vorteil. Man hat die Mannschaft zusammengehalten, mit Loschek einen weiteren Offensivkünstlern zugeholt. Mit COA nehmen wir noch den gleichen Trainer wie in der Vorsaison. Deswegen glaube ich schon, dass auch Bayer zu Beginn der Saison kleinere Vorteile gegenüber solchen Teams wie eben Dortmund hat, weil man einfach eingespielter ist. Hier glaube ich an ein wirklich offensiv ausgerichtetes Spiel. Beide wollen direkt mal zeigen, was sie können. Beide wollen dieses Spiel gewinnen. Und deswegen werden auch beide offensiv viel probieren. Und am Ende werden in Summe mindestens 20 Schüsse abgegeben. Insgesamt natürlich zusammengerechnet von beiden Teams. Stuttgart gegen Leipzig. Auch das ist interessant am Sonntagnachmittag. Der VfB letzte Saison große Probleme gehabt. Fast ja auch sogar abgestiegen. Leipzig hingegen mit einer starken Schlussserie unter Domenico Tedesco noch die Champions League erreicht. Jetzt geht es wieder von vorne los. Für Stuttgart geht es darum, souverän und ruhig in die Saison zu starten. Für Leipzig logischerweise direkt mal zu untermauern, dass man oben mitspielen will. Das wird man auf jeden Fall sehen. Und ich glaube, dass wir in beiden Halbzeiten Tore sehen werden. Und deswegen gebe ich auch genau den Tipp ab. In beiden Halbzeiten fallen Tore. Abschließend dann noch der SFC Köln gegen Schalke 04. Beide Teams sehe ich durchaus kritisch. Schalke ganz klein im Abstiegskampf. Köln wird es auf jeden Fall auch schwerer haben als in der Vorsaison. Wie weit es da unten geht, schwer zu prognostizieren. Aber ich glaube schon, dass das nicht ganz so einfach wird. Vor allem auch zu Saisonbeginn bin ich gespannt, wie beide Teams so performen können. Bei Schalke gab es wieder einen großen Umbruch plus einen neuen Trainer. Bei Köln gab es auch einige Transfers. Da ist natürlich auch die Frage, wie sehr kann diese Grundeuphorie durch die vergangenen Saison FC jetzt eben auch tragen. Hier bin ich mir relativ sicher, dass wir ein ausgeglichenes Spiel sehen werden. Und zur Pause gibt es deswegen auch ein Remis. Und somit sind das meine neuen Prognosen für den kommenden Bundesliga-Spieltag. Nächste Woche gibt es natürlich dann die nächsten und aber eben auch die Auswertung von meinen Tipps. Weil man natürlich auch nicht genau weiß, in welche Richtung es an so einem ersten Spieltag geht, würde ich mal sagen, wenn ich am Ende vier, fünf von den neun richtig habe, ist das zum Reinkommen schon mal nicht verkehrt. Ihr könnt mal gerne jetzt noch eure Prognosen in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.